Ich präsentiere hier gemeinsam mit meiner Kollegin Sophia Donert, die hoffentlich auch jetzt zugeschaltet ist. Habe ich gar nicht geprüft. Sophia, bist du da? Natürlich. Super, perfekt. Wie auf Zuruf. Ja, also genau. Wir sind beide in dem Projekt tätig gewesen für das Learning Lab und hatten also auch ein paar spannende Arbeitspakete. Vor allem haben wir uns sehr intensiv mit der Frage der Lehrendenperspektive beschäftigt und was eigentlich wichtig ist auf Seite der Lehrenden bei so einer Einführung einer verteilten Lerninfrastruktur. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr in den knapp 20 Minuten, die wir haben, wir versuchen 15 plus, vielleicht ein bisschen Diskussion, wollen jetzt gar nicht so sehr irgendwie das Forschungsdesign beschreiben oder so, weil das haben wir eigentlich alles schon gemacht, was wir gemacht haben, sondern haben gedacht, wir machen eigentlich mehr so ein bisschen so vielleicht, ja, Reflektion nochmal, so ein bisschen Rückblick, überblicksartig eher und verweisen dann einfach auch auf die Publikationen, die wir jetzt im Laufe der Jahre auch veröffentlicht haben. Also wer da nochmal wirklich tief einsteigen will, wenn es jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich wird in der Kürze der Zeit, der kann da auf jeden Fall gern nochmal vertieft auch reingucken. Also ist alles natürlich Open Access und so, also da braucht man jetzt nicht irgendwie was zu bezahlen oder so. Genau, und sei natürlich auch nochmal aufs Buch verwiesen. Ja, und was haben wir eigentlich, was haben wir eigentlich über alle Jahre gemacht? Wie schon gesagt, wir haben uns vor allem so mit der Perspektive eben der Lehrende beschäftigt und was wir immer wieder gemerkt haben, man weiß eigentlich doch noch relativ wenig so über diese Perspektive. Und gar nicht mal nur in Bezug auf Deutschland, da ist es ja so besurde, dass OIA immer noch so, naja, vielleicht jetzt gerade aus dem Nischen-Dasein rauskommt, aber doch eher nicht so häufig diskutiert wird. Und international ist es aber auch nicht unbedingt besser. Und wir haben halt jetzt drei Schritte, die wir Ihnen so präsentieren wollen. Die ersten beiden, oder das erste mache ich, das zweite mache ich, dann gebe ich eine Kollegin weiter und beim dritten gebe ich sie dann wieder an mich zurück. Das eine ist Systematic Mapping, heißt hier die Überschrift. Was ist ein Systematic Mapping? Also das Systematic Mapping, da war eigentlich die Motivation, dass wir uns ganz am Anfang des Projektes mal gefragt haben, was wissen wir eigentlich so wirklich empirisch über OIA? Ja, also das ist ja immer eine große Diskussion über das Thema, auch international wird immer viel gemacht und so weiter, viel argumentiert, wie gut OIA ist und so weiter. Und dann haben wir geschaut, ja gut, wir würden jetzt doch eigentlich ganz gerne mal wissen, was ist denn so auf der empirischen Ebene, was ist eigentlich wirklich schon empirisch untersucht und was kann man eigentlich so sagen, was kann man nicht sagen, wo sind eigentlich so die Schwerpunkte? Und ja, bei Deutschland waren wir uns relativ schnell einig, dass das eigentlich sich kaum lohnt, so eine systematische Überblickstudie zu machen, weil es einfach viel zu wenig gibt, sage ich jetzt mal so ganz platt. Und was wir dann gemacht haben, wir haben uns tatsächlich die internationale Literatur angeschaut und hier sind nochmal die Verweise auf die Publikationen, das können Sie sich ja, wenn Sie das interessiert, später auch gerne mal angucken, also einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und was wir gemacht haben, ist uns eigentlich mal so von den bekanntesten Datenbanken, sagen wir mal nach bekanntesten Datenbanken uns mal anzuschauen, was findet man eigentlich zum Thema Open Educational Resources in Bezug auf empirische Studien. Und ja, das ist jetzt sozusagen ein bisschen komplizierter, das methodische Verfahren, das wir da angewendet haben, ist jetzt vielleicht nicht so interessant, wenn ich das in aller Breite so beschreibe, aber der Untersuchungszeitraum war 2015 bis 2019 und letztendlich sind wir bei 272 Artikel gelandet, die sich empirisch mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja, da würde ich jetzt, war unser erster Eindruck, das ist eigentlich gar nicht so viel. Und wenn man sich in einem zweiten Schritt anguckt, womit sich die so beschäftigen, dann sind das hauptsächlich so Einzelfallstudien, so evaluative Studien. Also ein Lehrender hat mal einen Kurs gemacht mit OER und den hat er dann evaluiert oder er hat evaluiert, wie gut finden die Studierenden denn OER und so weiter. Also das sind so ganz viele Studien aus dem Bereich, die natürlich auch wichtig sind, aber man merkt, das ist tatsächlich noch sehr in den Anfängen. Und wenn Sie jetzt mal diese Prozentverteilung hier sehen, also das ist abgekürzt hier Learner-Fokus, also der Lernenden-Fokus, der Lehrenden-Fokus, dann finden wir eigentlich ganz wenig zu diesem, ja, wir haben das jetzt mal Technical-Fokus genannt, also zu dieser infrastrukturellen Frage und zu der Frage, wie sich eigentlich Institutionen in Bezug auf OER positionieren sollen, wie sich damit umgehen sollen. OER-Policies beispielsweise, das ist also ein Thema, was eigentlich noch sehr wenig behandelt wird, vor allem eben, wie gesagt, empirisch. Also da gibt es einfach wenig Untersuchungen dazu und gerade deswegen haben wir gedacht, dass wir mit dem EDUARC-Projekt und dieser Frage eigentlich wirklich, ja, so eine Forschungslücke, weiß ich nicht, aber zumindest in einem Bereich vorstoßen, der, glaube ich, sehr ertragreich noch ist, wo relativ wenig gemacht wurde und wo relativ wenig Erkenntnisse dazu eigentlich noch vorliegen, wie gesagt, national und sowohl international. Ja, dann würde ich, genau, das kurz abschließen, wenn Sie Fragen haben, gerne parallel schon in den Chat schreiben oder so, weil ich glaube, es ist am besten, wir beantworten das dann zum Schluss gemeinsam, meine Kollegin und ich und würde dann an Sophia übergeben. Ja, vielen Dank, Daniel. Genau, ich habe mit meiner Kollegin Nadine Schröder, die uns inzwischen leider schon wieder verlassen hat, weshalb ich jetzt hier sitze, eine Interviewstudie, unter anderem eine Interviewstudie durchgeführt mit 18 Hochschullehrern aus Deutschland und Österreich, die sowohl eine Lehrtätigkeit irgendwie ausüben als auch Erfahrungen mit OEA mitbringen. Und wir haben dabei die Fragestellung verfolgt, wie sich das Nutzungsverhalten von denen gestaltet im Umgang mit OEA, also wie erstellen, nutzen, bearbeiten und teilen Lehrende OEA, welche Arten nutzen sie davon und welche Erwartungen und Anforderungen haben Lehrende im Umgang mit OEA. Das Ganze haben wir dann ausgewertet und auf verschiedene Art und Weise genutzt. Genau, ich gehe jetzt mal direkt, oder Daniel, klick bitte einmal weiter. Wir haben dann verschiedene Gestaltungsoptionen erstmal herausgearbeitet, nämlich zum einen, dass OEA-Aktivitäten sich natürlich erhöhen, wenn es entsprechende Repositorien gibt, das heißt, der Auf- und Ausbau von Repositorien, ist gerade deshalb wichtig, um eben Veröffentlichung und Nachnutzung dann zu fördern. Zum anderen ist das Thema der unterschiedlichen Materialarten sehr relevant, denn also bei der Erstellung von OEA werden häufig von den Lehrenden eigene Materialien genutzt. Bei der Nachnutzung ist es, also ungefähr die Hälfte nutzt eigene Materialien, um OEA zu erstellen. Bei der Nachnutzung, nochmal zurück bitte, wird meist Remixing genutzt. Warum nicht nachgenutzt wird, ist meistens der Punkt der fehlenden Auffindbarkeit, der fehlenden Qualität und fehlender offener Lizenzen. Was das jetzt aber mit unterschiedlichen Materialarten zu tun hat, ist natürlich zum einen der Punkt, dass oft kleine Einheiten, wenn sie nachgenutzt wird, kleine Einheiten nachgenutzt wird. Ist bei denen aber meistens ganze Kurse veröffentlicht. Das heißt, einfach ein großes Spektrum an unterschiedlichen Materialarten in den Repositorien zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig auch die Möglichkeit der Veröffentlichung zu ermöglichen, ist sehr wichtig. Neue Versionen mit Änderungskommentaren zu versehen oder versehen zu können, ist gerade deshalb wichtig, weil eben die Nachvollziehbarkeit sichergestellt werden muss. Und wie Sie hier in dem Zitat sehen, die Lehrenden natürlich auch irgendwie weiterhin so ein bisschen Macht über ihre Veröffentlichung behalten möchten. Und selbst entscheiden möchten, ja, diese Änderung von jemandem ist sinnvoll oder eben nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Funktionen zum Austausch. Das kennen wir alle. Wir holen uns gerne Inspirationen bei anderen Leuten und Foren, Community-Bereich, den Chat-Bereich, eben diese Kommentarfunktion. Das ist wichtig. Und die Lehrenden sind zu dem Schluss gekommen oder viele haben berichtet, der kollegiale Austausch, den ich innerhalb eines Projektes oder innerhalb eines Lehrstuhls habe, der funktioniert relativ gut. Aber dieser Community-Gedanke, den der OER ja eigentlich ausmacht, der hat sich eben noch nicht so ganz durchgesetzt. Ja, auf Grundlage dieser Sache und von noch verschiedenen anderen Sachen, die meine Kollegin Frau Schröder gemacht hat, so eine GitHub-Analyse beispielsweise, wurde dann ein Prototyp entwickelt, der auf der vorherigen Folie auch noch verlinkt ist, den Sie sich dann gerne auch mal anschauen können, unten rechts. Genau, jetzt habe ich gerade schon eine Frage hier im Chat gesehen. Ja, bezüglich der Publikationen, also wir haben zum einen die Publikationen, die am Anfang auf der ersten Folie von mir jetzt zu sehen waren und zum anderen sind einige gerade noch in Publikationen, beziehungsweise noch im Review-Prozess. Also noch glaube ich nicht, dass diese Aussage in einem drinsteht, aber es wird sicherlich in der nächsten Zeit noch kommen. Zu den Unterstützungsmöglichkeiten. Hier ist es besonders wichtig, dass innerhalb von Hochschulen und auch darüber hinaus erfahrene OEA-Anwenderinnen als Multiplikatorinnen eingesetzt werden. Das funktioniert zum Beispiel einfach, um Orientierung zu geben, um Inspiration zu geben, um zu zeigen, hey, das funktioniert und die Zeit, die du nutzt, ist sinnvoll, wenn du das machst. Da kann es zum Beispiel die Möglichkeit von Mentorinnen oder so etwas Ähnliches geben. Gleichzeitig ist aber auch eine Begleitung bei der Integration von OEA in die Lehre ganz wichtig, denn oftmals ist gar nicht genau klar, wie kann ich das denn eigentlich machen, wie funktioniert es überhaupt, was für Grundlagen gibt es. Und oft finden OEA-Sachen, das war auch bei unseren Lehrenden, die wir interviewt haben, zum größten Teil der Fall ist das Ganze in Projektform passiert. Also es lief über einen gewissen Zeitraum und ist dann irgendwie in der Schublade gelandet, wurde vielleicht einmal veröffentlicht, aber danach von niemandem mehr angeguckt, weil niemand war ja mehr auf dem Projekt angestellt. Das kennen Sie sicherlich auch alle. Das heißt, eine langfristige Integration von OEA in die Lehre, es sollte ein großes Ziel sein und als Unterstützung dienen. Beratungsformate sind natürlich insbesondere bezogen auf Lizenzfragen von den Lehrenden erfordert. Es muss Orte geben, wo das Ganze veröffentlicht werden kann, wie ich nachnutzen kann. Es muss beispielsweise auch vielleicht anerkannt sein, dass ich etwas als OEA veröffentliche. Und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wie Lehrende bei OEA unterstützt werden können. Und da sehen wir noch sehr viel Potenzial, um OEA als tolle Möglichkeit zu fördern. Jetzt zurück nach Hamburg. Genau, danke. Ja, super. Genau, schönen Dank für die Präsentation. Da habe ich jetzt noch genau drei Minuten, um noch was zum letzten Thema zu sagen. Aber ich versuche das einfach ein bisschen abzukürzen. Und dann findet Frau Krüger da vielleicht, glaube ich, auch noch ihre Stellungnahme auch zu den Repositorien und so weiter wieder. Das ist jetzt auch einmal schon veröffentlicht worden. Also da können Sie dann gerne daraus zitieren. Oder es wird auch noch einmal bei Open Praxis erscheinen. Die Zeitschrift kennen Sie hier vielleicht auch noch. Da haben wir auch noch mal die Aussagen dazu. Und was wir hier gemacht haben, vielleicht auch so ein bisschen anschließend an das, was Frau Donath gerade gesagt hat, ist noch mal zu schauen, wie kann eigentlich eine Hochschule, ja, also wie kann eigentlich die Politik, die Hochschule und so weiter, OEA fördern und Lehrende eigentlich dazu bringen, genau das, was Frau Donath eben gesagt hat, zu tun, bestmöglich zu tun und was können da Anreize sein und Maßnahmen. Und wir haben da eben Workshops durchgeführt mit 33 Lehrenden gemeinsam, also Online-Workshops. Das war ja in der Corona-Pandemie, was aber eigentlich gar nicht schlecht war, weil wir da, glaube ich, dadurch eine viel größere Zahl an Lehrenden gewinnen können, die da mitgemacht haben. Und es war so, dass wir tatsächlich nur Lehrende eingeladen haben, die schon mal mit OEA gearbeitet haben. Also das war uns ganz wichtig, weil wir, glaube ich, häufig auch so forschungsmethodisch das Problem haben, dass wir immer so generell in die Breite fragen, so erst mal, kennt ihr überhaupt OEA? Nutzt ihr überhaupt OEA? Und wenn ihr es noch nicht nutzt, was muss man eigentlich tun, damit ihr es nutzen würdet und so. Ist halt immer recht schwierig, wenn man Leute fragt, die von dem Thema jetzt nicht so viel Ahnung haben, was man tun sollte, um das zu fördern. Also da ist es manchmal von der Methodik so ein bisschen schwierig. Und deswegen haben wir es mal umgedreht und haben eigentlich die Lehrenden, die schon OEA nutzen in der Lehre, gefragt, was müsste eigentlich eine Hochschule tun, um OEA zu fördern? Und was müsste auch bezüglich Repositorien getan werden? Und diese Lehrenden haben mit uns gemeinsam so eine Prioritätenliste erarbeitet. Das habe ich jetzt hier an so eine Art Ampelsystem angeworfen. Also wie gesagt, in der Publikation steht es auch noch mal ein bisschen besser und ausführlicher drin. Ich wollte nur so ein bisschen jetzt ganz verkürzt mal darstellen, wie das sozusagen ausgesehen hat. Und da kann man, glaube ich, sehr schön sehen, also die grünen Sachen, also das war so eine Skala von 1 bis 5, die grünen Punkte sind also wirklich Sachen, die die Lehrenden als sehr dringend erachten, während die roten welche sind, die sie eben als sehr vernachlässigbar erachten. Und da kann man so ein bisschen vielleicht auch schauen, was so für Ideen, was so für Konzepte diskutiert werden sollten, vielleicht gefördert werden sollen, die für die Nutzung von OEA einfach zuträglich ist. Wir haben das Ganze gemacht, einmal für die Hochschule allgemein, also auf den grundsätzlichen Ebenen. Da sehen Sie auch so Elemente wie kostenlose Rechtsberatung, zum Beispiel die Meta-Suchmaschine, haben wir das genannt. Also das ist ja das, was wir so ein bisschen hier auch machen im EduHack-Projekt, die Drittmittelförderung und so weiter. Ganz viele Komponenten, wo, wenn Sie sich vielleicht auskennen, jetzt vielleicht nicht unbedingt besonders überraschend sind, aber ja, auf jeden Fall für eine Hochschule sehr förderungswürdig, glaube ich. Die zweite Komponente, die wir noch genommen haben, sind die Frage der Repositorien und wie soll ein Repositorium eigentlich gestaltet werden an der Hochschule. Auch dazu haben wir die Lehrende befragt und haben es wieder genauso gemacht mit diesem Ampelsystem sozusagen. Also einmal das Rot, das ist jetzt eher vernachlässigbar, was Priorität und Wirkung angeht und die grünen Sachen sind eben die, die die Lehrenden für förderungswürdig halten. Und was man vielleicht so abschließend, damit wir es noch mit der Zeit schaffen, was man vielleicht abschließend zu dieser Workshop-Reihe sagen kann, ist, glaube ich, dass es generell so ist und das kennen wir auch aus anderen Untersuchungen eigentlich, dass es nicht so ist, dass da Zwang ausgeübt werden soll für die Nutzung von OIA. Also häufig haben wir ja immer so diese Forderungen, alles OIA, alles öffentlich und im Grunde genommen alles, was weiß ich, Fortbildung verpflichtend und so weiter. Also wir haben schon immer wieder gemerkt, dass eigentlich eher so diese Anreize und die Überzeugung eigentlich so, die Instrumente sind, mit denen gearbeitet werden müsste, mit denen gearbeitet werden sollte. Und dass man das OIA-Thema attraktiv macht, dass man da auch entsprechende Anreize liefert, Unterstützungsleistungen liefert, das ist eigentlich so, also ganz platt zusammengefasst, ist eigentlich so der Weg, den man gehen sollte, den man, also Hochschulen gehen sollte vielleicht, um da erfolgreich zu sein. Ja, jetzt, genau, haben wir noch, glaube ich, drei Minuten Zeit, vielleicht für ein paar Fragen. Hups, erstmal danke ich Ihnen natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und genau, hier haben wir nochmal die Literatur vielleicht auch aufgelistet, zusätzlicher, wenn Sie Lust haben, da nochmal reinzugucken. Vielen Dank.